wir haben jetzt 1700 unverteilte ep das problem ist um die zu verteilen müssen wir quasi schlafen jetzt kommt das eigentliche problem an der geschichte weil schlafen an sich ja nichts schlechtes ist sobald wir schlafen ja wie sag ich das am besten sobald wir schlafen werden wir gefickt ja das klingt für viele schon wieder schön was da freut ihr euch doch auf was ein bisschen von porno action nein tut mir leid es wird kein vampir porno entei sondern die schlechte variante es passieren dinge der status des bezirks ändert sich leute heilen die wir geheilt haben und so weiter deswegen würde ich ganz gerne zumindestens hier hier alle leute geheilt haben zum beispiel auch die aber das geht nicht weil ich gerade nicht zu der tante hinkomme vielleicht kommen wir im nächsten abschnitt der main quest vielleicht kommen wir dann dahin wo ist der moment kann ich es noch nicht ich habe es jetzt eben noch mal probiert mit alle türen zweimal abgegangen alle räume hin und her mehrfach keine ep nun ja wo haben wir jetzt hier den bereich wo wir das abgeben müssen warte mal wo sind wir denn jetzt auf mir das zu öffnen wie nach rechts war gezeichnet ja genau hier ist und für tom haben wir auch noch was so good evening what i found the location of the explosion mr delaney really that's so kind i never thought someone would well thank you doctor it's nothing really what no i didn't know them no car was supposed to part there that day stupid bastard why did he part there you're the man who had that bomb i don't want to talk about it leave me alone details zwei hinweise sind noch gesperrt radikaler anarchist verantwortlich für den bombenanschlag der versehentlich einige menschen tötete wir müssen noch zwei hinweise finden und ich würde sagen wir haben das nächste opfer das wir essen können in dem punkt hat er recht ja das ist scheiße i sense your guilt dyson why i still believe our fight was just by killing an innocent couple who were just at the wrong place at the wrong time no way that bomb also killed you that day don't you see you just die a slower death drink by drink i know maybe i deserve judgment until that day i'll just be dyson the drunk not dyson the murderer so mindestens ist er fair wer noch ein hinweis 1850 noch was nö ein hinweis fehlt uns noch und erst über den hinweis kriegen können wir mit ihm reden gut ich jetzt noch zu tom go on there's go welcome you lied to me tom you were up sorry dr reed but i thought those priven gods would be willing to let someone like you pass without trouble that was devious of you tom next time i apologize doctor it's just that i prefer to avoid the law its enforcers and all manner of thugs in uniform here is your booze i hope it will appease your customers believe me doctor most of my customers are less agreeable when so we had an eine flasche und er meinte wir können ganz die ganze stadt tell me about your arrest and attempted murder tom i tried to kill someone i got arrested i paid my debt and i have nothing to hide so you mean your why do you think this is the last pub open i have nothing to hide and i don't judge that's a relief for many around here do you think prison changed you made you a better i don't know about that all i brought back is bad memories scars and a ugly tattoo of a blue turtle but do you feel cleansed of your sins all i know is that i'm at peace i did what i did but i wouldn't do it again does that make me a better man 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 yeah stop man soll die docks nicht als erstes ausrotten an order to kill i was an obedient gang member at the time a proud wet boot boy why because i f*** so you were ordered to kill someone i don't know if you can possibly understand but why couldn't you shoot my target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music he was eating drinking laughing he was having such a good time i hated him for his bottomless appetite an easy life of easy pickings and then something happened angst zu töten hatte er wirklich angst zu töten hatte er angst zu töten Oder haben wir uns in ihn hineinversetzt? Versuchen wir es mal. Ha! Tom Watts, neuer Hinweis. Sein Kriminal ist Lebensstil abgewandt. Oh, der hat so viel OP. Ich will ihn essen. Wie das klingt. Können wir ihr vielleicht noch irgendwas Neues erzählen? Über ihren Achsogeriefen? Das war's. Das war's. Tja, ich befürchte, Tom ist leider aus dem Spektrum für uns. Tja, wir haben es versucht. Gibt es noch irgendwas zu tun hier? Nö. Die Docks sind fertig für uns. Tja, was machen wir jetzt? Hier haben wir noch eine Sache. Und die machen wir jetzt. Und danach beginnt die Story. Wisst ihr nämlich warum? Weil hierfür müssen wir ins Pembrock genau das machen. Wenn wir in Pembrock sind, dann geht es weiter. Mit der Main Story. Und ja, ich würde sagen, wir machen diesmal eine kürzere Folge. Wir haben erfahren, was wir erfahren mussten. Oder? Ob wir jetzt 5.000 mal wieder hier durchlaufen. Ihr kennt das doch. Ja. Welch reizende Person. So. Wir haben alles gesehen. Wir haben alles gehört. Wir wissen jetzt alles. Die Stadt gehört fucking uns. Genau. Was ich sagen wollte, in der nächsten Folge gibt es dann ganz kurz die Auflösung dieser Nebenquest. Dann gucken wir mal an, ob sich noch eine andere Nebenquest irgendwie auftun lässt, die in der Nähe liegt. Ja. Da oben sehe ich 3 Stück. Und dann Swansea. Dann machen wir mit der Hauptquest erstmal weiter. Gucken erstmal, was Swansea für Dialoge hat. Und wenn wir mal geguckt haben, was er für Dialoge hat, dann machen wir folgendes. Dann gehen wir zum Begräbnis der Schwester. Ja. Und dann geht die Hauptstory aber weiter, ne? Aber volles Brett. Also rechnen wir damit. Eine Folge noch. Nebenquest. Und dann tut es weitergehen. Also spätestens, wenn ich jetzt keinen Bock mehr hab, wisst ihr Bescheid. Spätestens im September geht die ganze Geschichte vernünftig weiter und ich weiß, das Spiel geht schon sehr, sehr lange. Aber was soll ich sagen, ne? Ich mag Spiele so spielen, wie ich das mag. Und ich mag Spiele sehr gerne ausgiebig spielen. Bis zum nächsten Mal bei Vampyr. Mit deinem Wolf. Valadoeris. Probieren Neuge. Bis zum nächsten Mal.